Einfach erklärt! Die Anwendung von Antibiotika Schneller gesund dank schneller Wirkung Antibiotika werden zur Behandlung von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Sie können die Ursachen beseitigen und die Genesung beschleunigen. Allerdings, durch fehlerhaften und massenhaften Einsatz kommt es immer häufiger zu Antibiotika-Resistenzen, mit der Folge, dass das Antibiotikum bei der nächsten Behandlung schlechter oder gar nicht mehr wirkt. Die richtige Anwendung ist deshalb sehr wichtig. Wie viel und wann soll ich Antibiotika einnehmen? Befolgen Sie einfach die Dosierungsanweisung aus der Packungsbeilage. Den richtigen Zeitpunkt der Einnahme erfahren Sie von Ihrem Arzt oder Apotheker. Wie und wie lange soll ich Antibiotika einnehmen? Es wird die Einnahme mit einem Glas Wasser empfohlen. Was die Einnahme Dauer betrifft, halten Sie sich bitte an den verordneten Zeitraum. Auch wenn es Ihnen bereits besser geht, setzen Sie das Medikament nicht vorzeitig ab. Worauf sollte ich achten? Antibiotika sind stark wirksame Medikamente. Deshalb sollten Sie folgende Hinweise unbedingt beachten. Teilen Sie Tabletten nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt. Bei der Einnahme zusätzlicher Medikamente befragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Verzichten Sie während der Behandlung mit Antibiotika auf Sport. Vermeiden Sie starke Sonneneinstrahlung. Die Haut kann lichtempfindlicher reagieren. Was ist mit meiner Ernährung? Damit Antibiotika ihre volle Wirkung möglichst frei von Nebenwirkungen entfalten können, sollten Sie während der gesamten Behandlungsdauer auf Alkohol verzichten. Für einige Antibiotika gilt darüber hinaus keine Milchprodukte drei Stunden vor und nach der Einnahme, keine Grapefruitprodukte und keine Einnahme zusammen mit Fruchtsäften. Bei weiteren Fragen hinsichtlich der Anwendung und Einnahme von Antibiotika wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. 1a Pharma – einfach verstehen